Herzlich Willkommen, liebe Zürcher und Zuschauer. Heute wollen wir ein weiteres Video kommentieren aus einer gewissen Serie. Hier lautet der Titel Dämonen, eine Frage des Weltbilds. Das geht hier 43 Minuten und ich möchte gerne auch hierzu meine Erfahrungen als Bibellehrer und Exorzist gerne teilen, wie ich mit den Aussagen, die hier getroffen werden, umgehe. Das Problem ist, dass man solche Phänomene ganz schnell als Beweis für oder gegen ein bestimmtes Weltbild nimmt. Es gibt Engel und Dämonen, also muss es Gott geben, also haben wir Christenrecht. Oder das gibt es nicht, das darf es nicht geben, weil wir Atheistenrecht haben. Und das ist im Umgang mit Leuten, die solche Dinge erleben, ein furchtbar falscher Ansatz. Also wir sind ja im Moment in dieser Serie, wo wir über Engel und Dämonen sprechen und ganz grundsätzlich über eine geistliche Welt, wenn es denn so etwas gibt. Und da war es interessant, weil wir waren ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen verschiedenen Deutungsweisen. Gibt es jetzt überhaupt so etwas wie Dämonen? Gibt es so etwas wie Besessenheit? Ist es nicht alles entweder einfach ein mittelalterliches oder altes Weltbild oder etwas aus der Fantasy und Horrorliteratur? Und auf der anderen Seite gibt es offensichtlich Phänomene und Menschen erzählen davon und die Kirche nimmt das Phänomen auch ernst. Es gibt offiziell Exorzisten. Und letztes Mal konnten wir ein Interview machen mit Walter von Lucadur, der ein Parapsychologe ist und seine Beratungsstelle hat in Freiburg im Preisgau. Und seit 30 Jahren solche Fälle von paranormalen Aktivitäten untersucht. Und ich fand dieses Interview persönlich sehr, sehr spannend, weil er genau zwischen den Fronten steht, würde ich sagen. Also einerseits lässt er sich nicht vereinnahmen von einer einfachen Vorstellung, dass jetzt überall Dämonen sind und dass alle besessen sind, die solche Phänomene erleben. Und andererseits aber würde er auch nicht sagen, ja, das sind alles einfach innerlich psychologische Phänomene. Und Menschen, die Spuk erleben oder Besessenheit erleben, sind einfach psychisch krank. Sondern er würde sagen, es gibt eine gewisse, es gibt, das ist real, es gibt diese Phänomene und die muss man ernst nehmen. Und er hat dann einen ganz eigenen Erklärungsansatz, der auch sehr spannend ist. Genau, über den können wir vielleicht auch noch reden. Aber grundsätzlich fand ich bei ihm unglaublich spannend, dass er da diese Mittelstellung, würde ich sagen, einnimmt. Ja, das heißt, Ernst nimmt die Erfahrung bis zu dem Punkt, dass ich sogar sagen würde, da geschehen objektiv Dinge, die wir komisch finden würden, wenn wir sie erlebten. Also diejenigen, die aussergewöhnlich sind, aber dann eigentlich wahrscheinlich nicht eine religiöse Deutung davon irgendwie hat. Und so in diesem Mittelfeld, da befindet er sich. Das ist faszinierend. Und vielleicht etwas, wo wir auch heute darüber sprechen können, wir können sowohl über Walter von Lucadou oder die Parapsychologie sprechen, aber etwas, was immer wieder kommt in dieser Beschäftigung mit der Thematik, ist, besonders von der Seite, die die Phänomene herunterspielen will, weil da wird gesagt, man kann das eigentlich nicht glauben. Das sind alles Dinge, die kann man ganz normal erklären, die kann man vielleicht sogar wegerklären. Und in unserer heutigen Welt, in unserer Zeit, mit unserem Weltbild, ist es unmöglich, überhaupt noch an solche Dinge zu glauben, also an Dämonen oder Engel oder an Besessenheit. Unmöglich und unmoralisch, wenn man es tut. Also die Idee ist dann, wenn jemand eben wirklich krank ist, braucht diese Person Hilfe und Wertschätzung und Liebe und muss nicht gesagt bekommen, du bist von einem Dämonen besessen, wahrscheinlich noch, weil du gesündigt hast und so weiter. Also die Idee ist, heute haben wir angemessenere Mittel, um mit solchen Phänomenen umzugehen. Ja, das ist natürlich etwas, was wir in der westlichen Kultur hier draußen sicherlich oft vorfinden. Das sehe ich auch in meinen Kommentaren unter gewissen Videos, die ich seit mehreren Jahren produziere, dass meistens Atheisten und Arschspiritisten, die halt ableugnen, eine geistige Welt und Gott, dass man Menschen, die Spukphänomene halt erfahren, dass man da denn oftmals begegnet mit, ja, da liegt auf jeden Fall gar keine Besessenheit vor, oder Geister, die da aktiv sind, Dämonen oder was auch immer, sondern das sind ja meistens wohl psychische Störungen. Der Mensch ist krank und das Letzte, was er braucht, ist ein Exorzisten. Ja, diese Meinung vertreten natürlich viele aus diesem Spektrum der heutigen Zeit und wiederum andere, die, sagen wir mal so im Bereich der Bibel, Koran und auch Tora sich auch nicht gerade so stark anfreuen, den antiken religiösen Weltbildern, sondern sich eher moderneren Strömungen zuordnen, wie Science Fiction und Co., die dann vielleicht auch wieder andere Ursachen sehen, oder der Esoterik, wo man sagt, ja, diese Phänomene sind wieder ganz anders zu sehen, nicht so wie zum Beispiel ein Christ das sagt oder ein Atheist, sondern das sind dann halt Dinge, die der Mensch nicht versteht und das dient zu seiner Fortentwicklung, Weiterentwicklung, vielleicht kommen noch Außerirdische mit hinzu, oder irgendwelche aufgestiegenen Meister, wo man doch im Spirituellen sagt, ja, die spirituelle Welt ist meistens eher unser Freund, unabhängig, ob jemand psychische Störungen hat oder nicht. Das gibt es natürlich auch, aber die allgemeine Kritik gegenüber Besessenheitszuständen oder dem Exorzismus ist natürlich in beiden Lagern vorhanden, sowohl bei den Atheisten, A-Spiritisten, als auch bei der New Age Bewegung in den Esoterikern und von mir ist auch den Verschwörungstheoretikern. Da gibt es das auch, dass man da auch eher sehr viel mehr entgegen dem eingestellt ist, was allein zum Beispiel in der Bibel drinsteht, wenn es darum geht, die Welt zu erklären. Und ja, und das ist natürlich auch etwas, das uns auch hindert in unserer Arbeit und in unserem Dienst, dass es oftmals Betroffene auch schwer haben, da sie auf mehrere Informationen ja zugreifen können. Und die öffentliche Meinung ist ja doch die, dass man sagt, nein, das hat nichts mit Besessenheiten und Dämonen und Geistern zu tun, weil das das Weltbild desjenigen so hergibt, an das man selber glaubt, und das man meistens antibiblisch unterwegs, antichristlich, antijesuistisch und ja, und der Betroffene, ob der Patient oder der da diese Spukerfahrung erfährt, ist der meistens hilflos und kann schon passieren, dass auch da öfters man denn auf die falschen Ratgeber hört und man sich der richtigen Hilfe gar nicht zuwendet, sondern sich bei denen denn tummelt, die meinen, ihnen erklären zu können, warum sie krank sind oder diese Erfahrung haben oder Phänomene und ja, wenn sie sich da bei den falschen befinden, bei den falschen Ratgebern oder Helfern, müssen sich Betroffene auch nicht wundern, wenn sie nicht geheilt werden können. Tja, aber so sind ja nicht alle, es gibt ja immer noch Menschen, die sind offen und melden sich auch, ob sie nun Christen sind oder nicht Christen, die müssen ja nicht mal an Tora, Koran oder Bibel glauben, auch aus anderen Reihen, wo man das nicht glaubt, wendet man sich ja auch an uns und das ist halt jemand, der noch offen ist, der alle Wege gerne ausprobiert und zu schauen, dass er geheilt wird oder zumindest geholfen wird, wenn die anderen ihm nicht helfen können, Symptome abzumildern, die ihr Lebens, ihre Lebensqualität stark vermindern. Genau, unsere Deutung ist diejenige, die eigentlich stimmt, also man ist nicht besessen von einem Dämon, sondern hat Epilepsie zum Beispiel, das wäre ein Erklärungsansatz. Ja, man hat für jede Störung, die ein Mensch haben kann, einen Fachbegriff erfunden und den gilt es jetzt nachzueifern, was die Definition dieses Fachbegriffs ist und da ist oftmals auch etwas vorhanden, wie unheilbar oder nicht heilbar und ja, wenn man sich an diesen Dingen orientiert, als Betroffener mit Epilepsie, dann kann einer auch nicht geheilt werden, weil er nicht glaubt, dass er geheilt werden kann, weil irgendwelche Fachmeinungen ja sagen, jenes und jenes ist unheilbar oder wird so definiert oder hat nichts mit dem Huhn zu tun oder so. Das ist natürlich dann das große Problem aus Sicht eines Christen und Exorzisten, wenn er das dann mitbekommt, dass Betroffene manipuliert werden mit vorgegebenen Sachbildern, wie man halt eine Störung nun erklärt und was dahinter stecken soll, angeblich. Aber wenn wir bei diesen Weltbilden sind und darauf kommen wir ja immer wieder zurück, dass es darauf ankommt, welche Deutung, dass wir diesen Phänomenen beilegen, da ist es interessant, dass wir heute mit dir auch sprechen können, weil du natürlich Experte bist für das antike Weltbild. Und im antiken Weltbild sind ja sozusagen viele der Texte, auf die wir uns auch als Christen berufen und in denen Exorzismen, Besessenheit, Dämonen vorkommen, entstanden. Deshalb wäre es vielleicht interessant, ja, von dir zu hören, wie dieses Welt, oder wie man dieses Weltbild verstehen kann, welche Rolle das da die geistliche Welt, geistliche Mächte gespielt haben, inwiefern es da irgendwie einen Dualismus gab, im Sinne der materiellen und der geistlichen Welt, inwiefern das zusammengehört hat. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass alles, was ich erfahre, was ich erlebe, interpretiere ich in einem Beziehungsraum. Und da spielt das Weltbild eine ganz zentrale Rolle, weil das, was ich erlebe, baue ich in mein Weltbild ein und erkläre es innerhalb meines Weltbildes. Und da gibt es, das Wendbild ändert sich auch ständig und es gibt so ein paar ganz grosse Shifts, also in der Antike, irgendwie zweites, drittes Jahrhundert v. Chr., der Wechsel von einem dreiteiligen Weltbild hin zu einem platonischen Weltbild, das dann Spätantike und Mittelalter dominant ist und dann irgendwann im 16. und 17. Jahrhundert nach und nach einem moderneren Weltbild Platz macht. Und das ändert sich auch und es ist nicht fest, dass das Weltbild, das wir heute haben, dann auch in Zukunft bestehen wird. Es gibt immer wieder Wechsel und es gibt auch Ungleichzeitigkeiten, wo Leute heute leben, die dann aber wieder ein völlig neues Weltbild kreieren, etablieren. Du hast das Gefühl, dass man hat einmal mit Walter von Luca, du redest, oder dass er eigentlich eine wie ein wissenschaftliches Weltbild, aber irgendwie so weiterentwickelt hat oder so interpretiert, dass es kompatibel ist mit religiösen oder eigentlich exklusiv religiösen Phänomenen. Das ist noch spannend. Ja, auch hier nochmal muss man natürlich zustimmen, dass die Weltbilder, die in der Geschichte, in den Kulturen, in den Orten der Welt geglaubt werden, dass die sich auch mal verändern über Jahrhunderte und Jahrtausend und ich denke mal, wir alle glauben, dass es nur eine Wahrheit gibt und wenn Weltbilder falsch sind, dann sind sie irrtümlich und führen ja dann nicht zur Vollendung oder zum Guten letztendlich oder zum Besten. Ja, wenn sich Wahrheit und Lüge vermischt, dann kann man froh sein, dass es noch wahre Elemente darin gibt, aber die Falschen sind dann eher nicht nützlich für jemanden, der nach Wahrheit strebt oder Heilung oder Befreiung und natürlich kann ich auch sagen als Exorzist, dass wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, die betroffen sind, ja, nicht nur mit Menschen, die wissen, dass ich so etwas mache und es kritisieren in der Öffentlichkeit, dass es auch da schwierig ist, weil der Betroffene ja meistens auch ein Weltbild hat, das ihm beigebracht, vorgelebt wurde, in der Schule, im Elternhaus, in seinem Freundeskreis, was sich selbst angeeignet hat, meistens durch Bücher lesen, Philosophie, was auch immer und es da auch schwer ist, denn oftmals da auch ranzukommen an den Menschen, trotz seiner Probleme, trotz seiner psychischen Störungen, selbst wenn man ihnen Hilfe anbietet, mit einer Heilungschance, dass oftmals auch Ablehnung dann natürlich kommt, weil das auch an dem eigenen Weltbild liegt, das jemand vertritt, als Betroffener und dann sagt man natürlich, schade, da ist jemand in die Irre gegangen, in seinem Weltbild, deswegen kann er sich auch gar nicht helfen lassen, weil er irrtümlich glaubt, es gibt ja gar kein Gott und Dämonen und Geister und seine Störung, glaubt er nicht, hätte etwas mit der geistigen Welt zu tun, die hier der Auslöser sein könnte, ja und schon wird der Mensch, wenn er sogar noch einen freien Willen hat oder vernünftig entscheiden kann, auch daran gehindert, solche Hilfsangebote anzunehmen, oftmals erlebt, ja oder sehr oft sogar, ich denke mal neun von zehn Fällen, stösst man dann eher auf Ablehnung, nein danke, ich brauche keine Hilfe oder sie können mich eh nicht heilen oder wie auch immer, weil einfach das Weltbild dort der Grund ist, warum man da nicht den Menschen helfen kann. Also die kurz erklären, diese drei, die drei Bilder, also dreistufig, platonisch. Es ist ganz, ganz grob und es ist sehr vereinfacht, weil es natürlich immer innerhalb von diesen Weltbilden grosse Erinnerungen gibt, aber ganz grob habe ich in der altorientalischen Welt ein dreiteiliges Weltbild, auch die Texte des Alten Testaments, die Älteren sind, in diesem Weltbild geschrieben, ich habe oben eine Götterwelt, ich steige auf den Berg, um Gott zu begegnen, da ist eine Erdscheibe und unter dieser Erdscheibe gibt es eine Unterwelt und wenn ich hinabsteige, komme ich mit der Unterwelt in Kontakt. Das finde ich aber auch, wenn ich Homer lese beispielsweise, also eine Götterwelt, eine Menschenwelt und eine Unterwelt aus unterster Ebene. Dieses Weltbild verschwindet dann nach und nach, drittes, zweites Jahrhundert und macht einen platonischen Weltbild Platz. Das ist ganz stark geprägt von Vorstellungen, von nichts kommt nichts. Also wenn ich durch die Hüste gehe und ich sehe vier Steine aufeinander, weiss ich, da war ein Mensch und das ist ein Wegweiser. Weil zufälligerweise kommen nicht vier Steine aufeinander zu liegen in dieser Weise. Und das interpretiert man auch auf die Welt. Dinge erhalten eine hohe Komplexität, weil jemand dahinter steht, der eine noch höhere Komplexität hat. Das heisst, ich habe eine Hierarchie, weil alles, was existiert, wenn es komplex ist, setzt jemanden voraus, der noch komplexer ist, der es gemacht hat. Und aufgrund von dem komme ich zu einer Hierarchie und so ist da ein Gott oder ist Gott, von dem alles herkommt. Dann gibt es die berühmten Gottesbeweise bei Aristoteles oder bei Plato beispielsweise und ich gehe immer von der Hierarchie aus. Und weil es Leben gibt, muss jemand da sein, der das geschaffen hat. Und dann, ich habe eine Hierarchie, ich habe eine Schichtung. Und das ändert sich dann im 17., auch 16., 17. Jahrhundert und ich drehe das Ganze um und plötzlich kommt alles von nichts. Also ich habe einen Urknall und dann entwickeln sich die Dinge und wir heute gehen ganz stark von dieser Idee aus, Dinge entwickeln sich von ganz einfachen zu komplexen Strukturen. Das wäre für antike, mittelaltige Menschen völlig illusorisch. Ein Zimmer räumt sich nicht von selbst auf. Also wenn ich einen Sau-Stall habe, habe ich immer einen Sau-Stall und es ist nicht so, dass irgendwann dieser Sau-Stall plötzlich so ist, dass alles aufgeräumt ist und dann wieder weiter Sau-Stall ist. Und das ist die Geschichte der Evolution. Ja, genau. Das ist so die Geschichte. Das wäre für Antike und Mittler völlig, völlig wirr. Und das ist auch mit ein Grund, warum im 17., 18. Jahrhundert Leute so Mühe hatten mit diesem Weltbild. Weil das stellt eigentlich alles auf den Kopf auch ihre alltägliche Erfahrung. Und für uns ist es heute selbstverständlich, ich habe früher mit einem C64 gespielt und heute spiele ich an meinem Mac und der ist natürlich, macht eine Entwicklung. Und ich gehe selbstverständlich von einer höheren Entwicklung aus, aber wir vergessen heute viel zu oft, dass dahinter wiederum eine komplexere Angelegenheit steht, nämlich Menschen, die sich das überhaupt auch ausdenken. Ja. Also man kann da durchaus Kritik üben. Und es gibt auch Leute, die wieder Ansätze eines platonischen Weltbildes haben, da die ganzen Ratix-Leute, wir sind nur in einer Simulation. Das ist letztlich eine Reminenz an das alte platonische Weltbild. Ja, ja, ja. Der Punkt ist jetzt aber, dass wenn ich ein platonisches Weltbild habe, habe ich Leute, dann habe ich Leute, die mich besuchen können. Die kommen aber entweder von oben oder von unten. Also sie kommen aus einer höheren, komplexen oder einer unterkomplexen Welt und besuchen mich. Also die steigen in der Hierarchie auf oder ab und haben dann Besuch von Engeln und Dämonen. Aber es gibt kein Aussen. Und es ist auch ganz typisch, als das Weltbild sich dann wendet vom platonischen hin zum modernen, habe ich plötzlich nicht mehr Engel und Dämonen. In mittelalterischer Literatur, wenn ich Besuch bekomme, ist es immer von oben oder von unten, sind immer Engel oder Dämonen, die dann erscheinen. Oder ein Heiliger oder irgendetwas. Und dann habe ich die ganzen heiligen Geschichten. Und das ändert sich dann im 18. 19. Jahrhundert. Plötzlich kommen immer Ausserirdische vor. Also die Besucher von den anderen Sternen sind nicht mehr Engel, sondern Aliens. Genau. Und dann kommt eine ganz völlig neue Kategorie von Geschichten aus. Und es gibt eine Reihe von Texten, wo das dann auch gemischt wird, wo Aliens und Engel auftreten. Es gibt auch Leute, die perfekt damit spielen. C.S. Lewis in seiner Science-Fiction-Geschichte lässt das in einem antiken Weltbild ablaufen, was der besondere Reiz von seinen Science-Fiction-Geschichten ist. Aber eigentlich habe ich einen Bruch. Und bei Aliens jetzt zum Beispiel Ausserirdischen ist auch immer eine Ambivalenz da, ob die jetzt gut oder schlecht sind, oder? Könnte man sagen. Würdest du sagen, in einem antiken oder platonischen Weltbild sind die Karten sehr klar verteilt. Also Engel sind immer gut und Dämonen sind immer schlecht, weil die einen von oben kommen, die anderen von unten. Ja, ganz genau, weil diese Hierarchie immer auch moralisch aufgeladen ist. Und das ist beim modernen Weltbild nicht so. Also ein Aufsteigen im antiken Weltbild ist immer ein Hin zu höherer Qualität. Und darum habe ich auch die verschiedene Schichtungen im Himmel. Je weiter, je höher ich in den Himmel komme, desto näher bin ich an bei Gott. Und das ist beim modernen Weltbild nicht mehr so. Da gibt es halt Aliens, die können technologisch mehr als ich oder sie können weniger als ich, sie sind stärker als ich oder weniger stark als ich. als sie ist moralisch nicht aufgeladen. Und das Problem bei Engeln und Dämonen ist, dass sie etwas sind, die einem antiken mittelalterlichen Weltbild sehr viel Sinn gemacht haben, so schlagend sind, dass ich gar nicht anders denken kann, als mit ihnen zu rechnen. Und man übernimmt die dann in ein modernes Weltbild, behalten aber ihre alten Attribute. Und dann stören sie, dann kann ich damit nicht umgehen. Also dann habe ich das Problem, dass ich in einem neuen Weltbild stecke, wo ich für diese alten Dinge keinen Raum mehr habe. Und was man dann erfindet, gerade in Texten ab dem 17. Jahrhundert, ist die Erfindung eines Jenseits. Das kommt in antiken und mittelalterlichen Texten nicht vor, weil es ist alles Diesseits. Engel sind genauso Teil der Schöpfung wie Menschen und Tiere. Und das ändert sich im 17. Jahrhundert. Man musste dann irgendwie einen Raum schaffen, wo man das alte platonische Modell irgendwie noch schützen konnte. Da sitzen dann die Engel und Dämonen und der Teufel und die Hölle und der Himmel. Die haben aber mit der Schöpfung, also mit der Welt, mit dem Kosmos nichts zu tun. Da ist irgend so eine Bubble irgendwo da drin. Was ich dann habe, ist ein Weltbild, ein neues Weltbild, das für die alten Elemente eben keinen Platz mehr hatte. Und man schützt die dann mit der Rede von einem Jenseits. Und ich glaube, das Problem bleibt unabhängig davon, wie ich mit diesen Phänomenen heute umgehe. Dass ich in einem neuen Weltbild stecke, das offensichtlich nicht alle Phänomene zu erklären vermag. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber zumindest für diese Dinge keine Beruflichkeiten bereitstellt, keinen Raum bereitstellt. Ja, natürlich halte ich es mal für unrealistisch, dass wenn jemand psychische Probleme hat und man würde sagen, außerirdische Aliens seien daran schuld, dann würde man ja auch erstmal aus der Vernunft heraus keinen Exorzisten aufsuchen, sondern jemanden, der sich mit Aliens anlegen kann. Ja, tja, wie ruft man denn da an? Ja, nun würde man ja meistens davon ausgehen, dass es utopisch erscheint für 90% Betroffener mit psychischen Störungen oder generell irgendwelche Störungen, dass sie jetzt Außerirdischen die Schuld daran geben. Ja, E.T. Und dass doch mit jemand diese Raumschiffe abschießen soll, wo diese Wesen leben, damit sie nicht mehr in ihrem eigenen Leben eingreifen können. Natürlich gibt es das auch bei Schizophrenie und gewissen Störungsbildern, dass dann berichtet wird, es seien Außerirdische mit dem Spiel, die da ein Chips implantieren unter die Haut und im Kopf und was weiß ich nicht alles. Die zumindest habe ich keine persönlichen Erfahrungen, dass ich mal jemanden gefragt hätte und wen rufen sie da dann um Hilfe? Wer kann ihnen da helfen? Wahrscheinlich würde zurückkommen, keiner kann mir helfen. Das liegt aber an diesem Weltbild. Weltbilder, die wir aufgenommen haben durch TV, Fernsehen, Kino, Science-Fiction, Romane, Bücher, Literatur und uns überhaupt in solche Ideen kommen lassen. Als wenn wir in dem Weltbild leben würden, wo etwas nicht erfunden wurde mit Aliens und Außerirdischen, sondern nur das mit der geistigen Welt, mit Engel und Dämonen. Dann ist es schon eher so, dass Menschen, denke ich, auch bereit sind, sich an die richtigen Stellen zu wenden, wenn sie Probleme haben oder Störungen, Spukerscheinungen, Besessenheitssymptome, wie auch immer. Weil sie wüssten, da gibt es ja jemanden auf der Erde, der ja scheinbar es mit denen aufnehmen kann. Zumindest sagen das ja die Exorzisten. Aber gegen Aliens und Außerirdische, da kann ja nur Will Smith helfen und die Regierung mit Abfangjäger, die man irgendwie mal von Area 51 geklaut hat oder ausgebaut hat. Das ist natürlich auch ein Hindernis, wenn man es auf heute bezieht, dass betroffene Menschen mit Störungen sich dann auch nicht helfen lassen können, auch weil hier wieder dieses moderne Weltbild im Kopf ist und die Ursachen der Störungen dort angeblich liegen, wo keiner helfen kann. Weil mit den Außerirdischen kann es ja keiner aufnehmen. Ja, wir haben ja nicht die Waffen, um sie zu besiegen, aber mit der Engel und Dämonen Kultur, diesem Weltbild, da wäre es dann schon möglich, weil allein schon die Waffen ja bekannt sind, weil in der Bibel ja steht, dass Menschen, die Wissen und Glauben haben an diese Dinge, ja diese Wesen besiegen können, dass sie halt nicht mehr diese Störungen erleiden lassen. Tja, ist halt auch ein Problem des Weltbildes, wie es sich in Kultur und Betroffenen halt vorfindet. Hat es auch was damit zu tun, dass natürlich, ich sage mal, für eine lange Zeit mit der wissenschaftlichen Revolution es aussah, als hätte man jetzt eigentlich ziemlich klare Erklärungen für alle Phänomene, die es gibt. Also diese Idee vom kausal, deterministisch geschlossenen Universum, wo irgendwie mit Wissenschaft wir eigentlich alles durchbeschreiben und dann durchverstehen und dann sind alle Fragen im Wesentlichen geklärt. Wo bleibt hier Gott? Ich sehe ihn nirgendwo. Wo bleiben die Engel? Wo bleiben die anderen Götter? Das hat alles keinen Platz mehr, weil wir die Welt durch erklärt haben und dann hat man keinen Platz mehr für Engel oder für Dämonen oder auch für Gott. Aber ich sage mal, dieses Wissenschaftsbild war ja auch etwas idealistisch in dem Sinne, dass man heute merkt, okay, man hat eine Beschreibung auf der Ebene von Physik und kann da vielleicht die gesamte Wirklichkeit durch exerzieren, aber hat damit noch nicht die ganze Wirklichkeit erfasst. Und man kann eigentlich was auf der chemischen, auf der biologischen, vielleicht auf der spirituellen Ebene oder psychischen Ebene abläuft, das kann man nur sehr schwer reduzieren auf diese grundbasalen Erklärungen. Also das vereinfacht gesagt, Wissenschaft einen gewissen Ausschnitt der Wirklichkeit erklären kann, aber nicht die Wirklichkeit als Ganzes. Ja, ich glaube, es ist auch, dieser Optimismus ist im 18. Jahrhundert stark da, die Idee, irgendwann alles erklären zu können und nichts übrig lassen zu können. Und was mir heute in Naturwissenschaften entgegenkommt, ist sehr viel demütiger, auch dass man realisiert, es gibt Phänomene, die ich in einer bestimmten Weise erkläre, die nicht kompatibel ist mit anderen Phänomenen, die ich in anderer Weise erkläre, wo ich ganz verschiedene Modelle verwende, die nicht kompatibel sind, aber die unterschiedliche Phänomene erklären können, wo man auch realisiert, das geht irgendwo nicht auf. Und natürlich gibt es Leute, die die grosse Hoffnung haben, irgendeinmal die Weltformel zu finden, aber die meisten, die mir begegnen, haben diese Idee nicht. Also man macht halt in seinem Ausschnitt seine Forschung, verwendet da seine Modelle, wechselt auch diese Modelle, aber diese Idee, alles beschreiben zu können, das ist, glaube ich, ein Stück weit weg. Also man ist da sehr viel offener, sehr viel demütiger geworden, als es auch schon der Fall war. Aber heisst das, ganz naiv gefragt, heisst es, es gibt wieder mehr Raum für Engel und Dämonen in der Wirklichkeit, die man, oder gibt es, würdest du sagen, gibt es eine rational vertretbare Version von zu sagen, ich glaube an Engel und Dämonen, heute noch? Das Problem ist wieder ein Weltbild. Die Dinge, die ich in einem antiken Weltbild hatte, kann ich nicht eins zu eins in ein neues Weltbild übernehmen, das geht nicht. Wenn ich sage, es gibt Engel und Dämonen in einem modernen Weltbild, muss ich sie anders deuten. Ich muss anders mit diesen Phänomenen umgehen. Als man im einen wichtigen Bild. Als man im wichtigen Bild. Was ich machen kann, es gibt diese Leute, die behaupten, wir leben in einer Simulation und in einer Simulation habe ich wieder einen Oben und einen Unten, da kommt der Operator von aussen, der dann seinen Avatar in die Simulation schickt und dann habe ich wieder so eine Art Engel. Solche Möglichkeiten habe ich natürlich. Wie sinnvoll das ist, das ist. Aber der Unterschied wäre ja, ich meine, das macht mir völlig Sinn, dass man in einem antiken Weltbild die Erfahrungen anders deutet, aber der Ausgangspunkt wäre ja Erfahrungen. Und ich sage mal, da gibt es solche Erfahrungen wie, ich kann mir an einem Tisch das Bein stossen und das tut weh und dann gibt es solche Erfahrungen wie, was man eben als paranormale Aktivitäten irgendwie beschreibt, heute jetzt in diesem Phänomen, um das zu nehmen. Jetzt, im antiken Weltbild hätte ich eine andere Erklärung gehabt als heute, aber die Phänomene, sage ich mal, wären vergleichbar. Damals hatte man irgendwie Erfahrungen gemacht, die irgendwie dämonisch sich anfühlten und heute auch. Jetzt ist die Frage, hat sich die Wirklichkeit verändert oder hat sich nur die Deutung verändert? Und es wirkt manchmal, wie wenn die neue Interpretation, die wir jetzt haben, im wissenschaftlichen Weltbild eigentlich gezeigt hat, dass diese Phänomene von dämonischer oder engelshafter Natur, dass die eigentlich gar nicht echt waren. Die waren sozusagen, also Schmerzempfinden war real damals, Engel war eine Illusion und das haben wir heute gemerkt. Und das ist die Frage, ob das notwendigerweise so ist. Ja, ich denke, auch der antike Ansatz, wie man mit Dämonen umgeht, wie es in der Wüstenfäter-Literatur entgegenkommt, dort steht nicht so sehr die Deutung der Dämonen im Zentrum, also kommen sie jetzt von oben oder von unten und wie heisst der Dämon und was ist seine Funktion, sondern es stehen die Leute im Zentrum, die diese Phänomene erleben und darunter leiden. Und dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob ein Dämon einfach eine Suchtkrankheit ist, die ich selbst nicht mehr behandeln kann und ich Hilfe von aussen brauche, die man heute einfach nur medizinisch beschreiben würde, oder ob da wirklich etwas ist, was wir heute Paranormals nennen würden. In einem antiken Weltbild spielt das keine Rolle. Also diese Unterscheidung zwischen natürlich und übernatürlich, wie schon gesagt, gibt es da gar nicht. Aber im Zentrum steht, wie gehe ich damit um, wie heile ich das. Und da ist, unabhängig davon, ob wir dem jetzt übernatürlich oder paranormal sagen würden oder ob es eine Suchtkrankheit ist, der Ansatz ist immer derselbe. Ich gehe von den Menschen aus, die das erleben und überlege mir, wie behandle ich das, wie gehe ich damit um. Und das spielt zuwendig eine grosse Rolle. In der Wüstenbettliteratur natürlich ganz stark das Gebet, das Einstehen füreinander, solche Dinge. Und dann auch eben die Heilung, die Medizin, die damit eine Rolle spielt. Also würde ich sagen, und das ist mir auch schon bei Walter von Luca, du auch begegnet, sozusagen die Deutung ist gar nicht unbedingt so wichtig, sondern die Frage, wie gehen wir jetzt mit diesen Menschen um. Oder wie du gesagt hast. Meine Frage wäre dann aber, weil je nach Deutung ist schon die eine oder andere Weise, damit umzugehen, viel plausibler. Also ich meine, wenn es tatsächlich so wäre, dass jemand besessen wäre von einem Dämonen, dann ist genau eine eine Deutung, die sagt, ah, das ist ein psychologisches Phänomen und du musst diese Seite von dir integrieren, wäre genau falsch. So ist das. So ist das. Und das ist das, wo wir als Exorzisten das natürlich vorfinden, dass Betroffene eingeredet bekommen, genau jenes. Ja, oder halt, ähm, das könnten wir anders vielleicht behandeln, wo wir diese Symptome abmildern können, vielleicht auch heilen, das will ich nicht ausschließen, ähm, aber was ist, wenn keine Heilung da ist? Da wird im besten Fall nur die Symptome bekämpft, vielleicht mit Nebenwirkungen, aber die Antwort des Betroffenen war prinzipiell falsch, zu sagen, ähm, das, wie gesagt, hat nichts mit Engel oder Dämonen zu tun, sondern rührt anders her und sie müssen damit leben, ihr Leben lang, das kann man eh nicht ändern oder heilen. Und was hat das für einen Einfluss auf betroffene Personen, die denn mit diesen Störungen weiterleben müssen? Ja, genau, ähm, ich glaube, das Problem ist, dass man solche Phänomene ganz schnell, ähm, als Beweis für oder gegen ein bestimmtes Weltbild nimmt. Es gibt Engel und Dämonen, also muss es Gott geben, also haben wir Christenrecht. Oder das gibt es nicht, das darf es nicht geben, weil wir Atheistenrecht haben. Und das ist im Umgang mit Leuten, die solche Dinge erleben, ich glaube, ein furchtbar falscher Ansatz, weil es dann eben zuerst um ein Weltbild geht und erst viel später um die Leute, die darunter leiden. Und wenn ich mit Leuten umgehe, die sowas erlebt haben, wenn ich die ernst nehmen will, heisst es auch, dass sie ein Stück weit das erleben, das sie haben, ernst nehmen und auch die Weise, wie sie es interpretieren. Aber dann würdest du eher sagen, zum Beispiel, wenn jemand einen Exorzisten aufsucht und das Gefühl hat, sie oder er sei besessen und der Exorzist dann tatsächlich einen Exorzismus durchführt, dann wäre das eher auf der Ebene vielleicht hilfreich, dass man in die Vorstellung der Person mit einsteigt und dann, für diese Person kann das dann einen befreienden Effekt haben, aber nicht so sehr auf der Ebene von objektiv hier war tatsächlich, hier gibt es so etwas wie eine Besessenheit und die ist da, egal wie sich die Person fühlt und da muss man etwas dagegen tun. Das wäre ja vielleicht die konservative, katholische Perspektive oder zumindest in den Kreisen um Exorzisten. Ja, das Problem ist natürlich, dass mit Exorzismus lange Zeit Schindluter getrieben worden ist, wo man alles mit irgendwelchen exorzistischen Formeln beheben wollte, ich muss halt den Namen des Dämonens herausfinden und dann kann ich den austreiben und all das Zeugs, was da gemacht wurde. Das wird aber immer noch gemacht. Das wird immer noch gemacht und ich finde das höchst fragwürdig und ich glaube auch, es gibt ja den Bischof von Chur, der sagt, wir brauchen keine Exorzismen, das ist genau die Folie aufgrund dessen man das lesen muss. Ja, hier muss man natürlich sagen, dass wenn Laien über die Praxis eines Exorzisten sprechen, auch nur theoretisch vorgehen können und da auch zu Irrtümern kommen, zu meinen, das und jenes ist falsch oder Schindluder oder wie auch immer. Natürlich gibt es unter Exorzisten in den christlichen Kreisen unterschiedliche Meinungen, Praktiken, die den Exorzismus selber betreffen. Ja, natürlich, das ist aber meines Erachtens sind das Einzelfälle, dass da irgendwelche Leute kommen und sagen, es jemand kommt mit einem Problem und derjenige, der im Exorzismus tätig ist, sagt, das hat auf jeden Fall mit Dämonen zu tun, wir müssen sie jetzt von diesen Dämonen befreien, dann geht es ihnen wieder besser. Das ist natürlich auch etwas gewagt, so vorzugehen und unklug meines Erachtens. Vielmehr sollte man natürlich als Exorzist erstmal prüfen, ob es sich hier vielleicht um eine Besessenheit handeln könnte, die die Symptome auslöst, Schizophrenie, Paranoia, Epilepsie, Multiple Persönlichkeitsstörungen, was auch immer. Und dann sieht man weiter, als im Vorfeld schon eine Diagnose zu stellen, ohne die Sache klar untersucht zu haben. Ja, so wie es schlechte Therapeuten da draußen gibt, gibt es auch sicherlich schlechte Exorzisten in der Welt. Da muss man natürlich als Betroffener hoffen, dass man an die richtigen Gerät, die zumindest so mit einem umgehen, dass man zumindest selbst hinterher, wenn sich herausstellt, es liegt keine dämonische Besessenheit vor, noch seriös das Ganze ernst nehmen können, falls doch mal irgendwas wieder anderes sein sollte, um dann auch die betroffene Person wieder aufzusuchen. Als sich abschrecken zu lassen durch voreilige Handlungen oder Diagnosen, ohne Untersuchungen angestellt zu haben. Es ist nicht so sehr eine Absage an die Art und Weise, mit solchen Menschen, die sowas erleben, umzugehen, sondern es ist eine Absage an eine alte Form von Exorzismus, die ich glaube, verheerend war. Aber das heisst nicht, dass es keine Exorzisten braucht. Aber das Problem ist, ich sage mal nur, wenn es stimmt, dass es Dämonen gibt, mal unabhängig davon, also und unabhängig von jetzt meiner Deutung oder vom Antiken und so, wenn es irgendwie in der objektiven Welt geistige Wesen gibt, die irgendwie nicht gut sind und die trotzdem auf irgendeine Art und Weise wirken, dann wäre ja die Frage, wie geht man mit dem um und ob es da nicht einfach sinnvoll ist, traditionelle Arten und Weisen, wie man bisher damit umgegangen ist, ernst zu nehmen. Ich finde, man dürfte, man darf das nicht ineinander ausspielen und ich würde auch vor allem eben nicht diese Validierung meines Weltbildes in den Vordergrund stellen, sondern eben die Leute, die sowas erleben. Und dann kann es durchaus sehr hilfreich sein, diese alten Formen anzuwenden. Ja, natürlich als Nichtbetroffener geht man meistens auch sehr kritisch um mit diesen Fragen von anderen Weltbildern bezüglicher Ursachen oder Symptomen, die da sind, Antworten darauf zu finden und die meisten Menschen ändern sehr ungern, wenn sie nicht betroffen sind, einfach so ihr Weltbild und hinterfragen und prüfen und nehmen mal andere Meinungen an oder probieren mal andere Weltbilder aus, aber Betroffene, die Störungen haben, denen es nicht gut geht, die nicht gesund sind, die nicht vernünftig sind, vielleicht sogar im schlimmsten Fall, die sollten das, wenn es ihnen möglich ist, umso mehr tun, um sich helfen zu lassen, wenn ihnen in ihrem Weltbild zumindest keiner heilt. So nenne ich es mal. Warum denn nicht andere Weltbilder ausprobieren? Vielleicht gibt es dort mehr Chancen auf eine Heilung, sei es nun körperlich, es muss ja hier nicht mal um Besessenheitszustände gehen, als auch geistiger Natur, psychischer Natur, wie man so schön sagen würde auf Griechisch. Das, das, das sagt der Mann ja auch hier, dass schon der Betroffene schon mehr bereit sein soll, alte Rezepte auszuprobieren, wie den Exorzismus, als jemand, der nicht betroffen ist, dass der weiterhin skeptisch bleibt, diesen Dingen gegenüber und vielleicht sogar kritisch gegenüber diesen Dingen dann redet. Ja. Der Walter von Luca, du hast dazu auch gesagt, dass es immer irgendwie hilft, wenn man der Person das Gefühl gibt, dass sie auch selber mächtig ist darüber, also dass man ihr nicht, also dass man immer, wenn man den Namen Jesu oder du bist ja mit Jesus und Jesus gibt dir die Kraft, dagegen was zu machen, dass das immer geholfen hat, ob psychologisch oder jetzt wirklich, weil es so ist und dass dieses von aussen nur Gott kämpft für dich irgendwo da draussen gegen den Mund gar nicht so viel gebracht hat, vielleicht nur im ersten Moment, aber nicht auf lange Sicht und auf lange Sicht hat es gebracht, der Person eine Macht zuzusprechen, die sie hat durch den Glauben, deswegen hat er das voll befürwortet, dass man das macht. Ja, aber er nimmt natürlich das Phänomen so ernst, dass er sagt, die imperativischen Formeln des Exorzismus helfen nichts, weil diese, er nennt es autonome Strukturen, die tatsächlich eine Besessenheit verursachen, man könnte auch sagen Geister oder Dämonen, weil diese autonomen Strukturen darauf angewiesen seien, dass sie Aufmerksamkeit bekommen und dann den Chef zu holen und dass dieser sich voll und ganz zuwendet, das sei eigentlich eher Futter für diese Form der eben autonomen Struktur. Ah ja, das mit dem Direktor und der Klasse. weil sich die benehmen würden wie pubertierende Jungen und wenn der Direktor dann kommt, dann haben sie erreicht, was sie wollen. Ja, das ist natürlich auch beim Parapsychologen etwas in dem vorigen Teil problematisch, dass man zwar sagen kann, sei Herr deiner selbst, du kriegst das schon hin, du kriegst dich schon selbst geheilt. Du musst halt nur ja, dein Selbstbewusstsein aufbauen, dies zu erreichen. Ich bin da als Exorzist natürlich sehr skeptisch, wenn natürlich gar keine dämonische Ursache zugrunde liegt, dass jemand Probleme hat, gilt natürlich schon der Spruch Arbeit an dein Selbstbewusstsein. Aber ich würde spätestens sagen, wenn jemand sagt, ich habe es jetzt schon so oft probiert und ich bin immer noch nicht geheilt von meinen Problemen, spätestens dann soll er diesen Rektor rufen, dann soll er den Exorzisten kontaktieren, Leute kontaktieren, die mit diesem Problem dann umgehen, um ja, diesen hoffentlich angestrebten Heilungszustand in seiner Psyche wieder erreichen zu können, weil dann geht das nur mit Hilfe von Außen, der sich dieser Dinge annimmt, wo die Ursachen liegen im Leben, im Körper eines Betroffenen, dass die Symptome, Spukerscheinungen, Störungen, psychische Störungen da sind und deswegen ja, auf jeden Fall, ich als Exorzist kann dem hier nur zustimmen und beipflichten, lieber den Rektor holen irgendwann mal, als endlos an sich selber zu arbeiten in der Hoffnung, das kriege ich schon irgendwann alleine hin. und deshalb würde er genau sagen, wie du gesagt hast, dass das weniger hilft, als eben die Zusage, dass Gott bei dir ist und Gott dir hilft und du geschützt bist in Gott und dass das eine gewisse Form von Selbstwirksamkeit verleiht, weil die Leute dann sozusagen gegen diese Besessenheiten, gegen diese autonomen Strukturen sich durchsetzen müssen. Das wäre sein. Ja, aber was mir daran nicht passt, ist, dass das natürlich genau in unser auch durchwegs modernes Selbstbild reingeht, ich bin eigentlich der autonome Herr in meinem Haus und wenn man schiefläuft, dann kann ich das regeln oder dann ist, was ich will oder was ich tue, ist das Wichtigste und natürlich ist das Relevant und ist wichtig, was ich an diesem dämonischen Besessenheitsbild oder wie gesagt auch an Krankheiten, dass man Dinge benennen kann als eine Krankheit, die nicht ich bin oder als eine dämonische Besessenheit, die nicht ich bin, ist natürlich die Extremform von etwas, was aber schon grundsätzlich ist. Natürlich bin ich autonom und bin verantwortlich für das, was ich tue, aber viele der Gedanken, die ich habe, bin nicht ich und viele der Impulse und Triebe, die ich habe, bin nicht ich und oft tue ich Dinge, die ich nicht will und das kennen wir von Paulus im Römerbrief 7, wo er genau das beschreibt, die Dynamik von Sünde, dass wir Menschen in gewisser Hinsicht nicht Herren im eigenen Haus sind und auch nicht so autonom sind in der Realität, wie wir oft meinen. Und ich sage mal, die dämonische Besessenheit ist ein extremer Ausdruck davon, aber ein hilfreicher Ausdruck, dass ich mich von gewissen Dingen distanzieren kann in mir, von gewissen Gedanken, gewissen Gedanken kann ich sündhaft nennen und von mir weisen als Christenmensch und auch solche extremen Zustände zum Teil, glaube ich einfach, es kann hilfreich sein, wenn man sagt, es ist eine dämonische Besessenheit, vielleicht sogar, wenn es einen Namen gibt, der Dämon heisst, wie auch immer der heisst und ich kann mich von dem lösen und distanzieren und mich von dem abwenden. Ich glaube einfach, das wäre wahrscheinlich sogar psychologisch irgendwie gesund, das machen zu können, eben nicht mich zu identifizieren mit dem. Aber das ist ja genau das. Das ist ja genau das. Es ist ja dieses Autonome, es ist ja nicht im Sinne von mich kann nichts befallen, sondern wenn so etwas passiert, dann muss ich mich dagegen wehren. Also auch bei den Gedanken, ich kann sagen, das bin nicht ich, aber ich muss mich dann von denen distanzieren. Oder es bin ja dann trotzdem ich, der das machen muss und der die sozusagen raus... Aber der Unterschied ist dann eben genau der, ich sage mal, wenn man in einem rein wissenschaftlichen psychologischen Modell draufschaut, dann bin ich die einzige Ressource, die ich habe. Ganz, ganz am Ende. Klar, auch Freunde und Umwelt und Konsequenzen, aber am Ende bin ich verantwortlich auch. Am Ende bin dann eben doch ich verantwortlich, wenn ich besessen bin, weil auch ich die Kraft hätte, mich frei zu machen oder zu lösen von dem. Im christlichen Exorzismusmodell gibt es diese Dimension von eigentlich ist es Christus der Handelnde, der dich befreit aus Gnade. Das sind wir im klassischen sozusagen. Christus befreit dich von deiner Schönhaftigkeit und auch von den Dämonen und auch von den Krankheiten. und von den Dingen, die dich befallen. Und dann macht es auch mehr Sinn, dass man sagt, jemand anderes kann für dich einstehen im Gebet. Nicht nur du allein musst dich befreien von dem Dämon, sondern du übergibst dich Gott, du vertraust dich jemandem an. Es kommt wie diese, eine weitere Ressource, die aus christlicher Sicht die eigentliche Ressource ist, die sogar mich, wenn ich mich auf eine gute Weise davon distanzieren kann, befähigt hat, das zu tun. Und das ist, das kommt von außen her. Genauso sehr, als von innen her kommen muss. es wäre genauso extrem zu sagen, dass es im Außen passiert, wie dass ich jetzt autonom was dagegen mache. Es ist wahrscheinlich trotzdem das dazwischen. Es wäre immer interessant zu gucken, ob sehr autonom denkende Personen Leute sind, die auch besessen werden können. Oder ob, also weißt du zum Beispiel Christen, die das Gefühl haben, die Macht ist durch Jesus mit ihnen. Ob das die Leute sind, die eher besessen werden würden, als Leute, die das Gefühl haben, ich habe gar keine Macht und Gott macht alles für mich und sich immer von Sachen so hilflos fühlen. Und das ist ja auch nicht das, wie es sein soll. Da hat Jesus ja auch einiges gesagt. Und die Psychologie arbeitet ja schon auch genauso. Es ist ja genau der Zuspruch von außen, die Beziehung zum Psychotherapeut, die dann diese befreiende Wirkung auch hat. Es scheint zu funktionieren. Ja, es scheint so zu funktionieren, Symptome dadurch abzumillen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Natürlich kann ein Mensch, der in dem Augen eines Exorzisten dämonisch belastet ist, Linderung erfahren. Nicht nur durch Musik bestimmter Art, sondern auch durch Gesellschaft, durch Menschen, Mitmenschen, durch gewisse Dinge, die Einfluss haben auf den Körper, auf den Menschen selbst, dass er sich besser fühlt, trotz seiner Probleme oder dass die Probleme erst mal wieder zurückgedrängt werden und bessere Zeiten in Aussicht sind, ob Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, aber dann auf einmal kommt dieses Problem wieder zurück. Wenn vielleicht diese Zuwendung auf einmal nicht mehr da ist, kann sich das auch wieder alles drehen. Daher kann man Symptome auch nicht nur mit Medikamenten bekämpfen, sondern auch mit gewissen Dingen, die diese Natur hier zur Verfügung stellt. Gesellschaft, Liebe und andere Punkte, die Einfluss haben können, Symptome abzumildern. Ob letztendlich dadurch eine Heilung geschieht, das ist halt schwierig zu sagen. Ja, ich erinnere mich, wie oft ich sogar versucht habe mit Menschen, die meinen, sie seien geheilt worden von ihrer Störung, ja, meistens einer psychischen Störung, sich keinen Tests unterziehen, ob wirklich die Störung weg ist. Und wenn man gewisse Personen dann doch prüft, ob die Störung weg ist, dann doch als Exorzist man sofort merkt, die Störung ist ja wohl noch da, sie wurde gut kaschiert, überdeckt für längere Zeit bei einer betroffenen Person, vielleicht im Umfeld, dass man meinte, ja, die Person ist jetzt gesund, der geht nicht mehr so schlecht wie früher, ja, und ein Trugschluss, meines Erachtens, ja, dass zwar die Möglichkeit besteht, auch aus Sicht der Bibel als Exorzist glaube ich natürlich daran, dass es theoretisch Möglichkeiten gibt, wie jemand frei werden kann seiner Probleme, aber ich persönlich kann aus Erfahrung das halt nicht so wiedergeben, dass dem wirklich so ist, aber dennoch lasse ich es zu. Ziel ist es ja auch für den Exorzist, dass der Betroffene ja meint für sich selbst, er sei geheilt. wenn er meint, er hat das alleine hinbekommen durch gewisse Dinge oder mit anderen, die keine Exorzisten waren und keine Christen waren oder keine Gebete und keine Teufelsaustreibung durchgeführt wurden, er jetzt einen Zustand erlangt hat, dass er meint, er sei gesund und er fühlt sich auch gesund, dann ist ja gut, dann ist es doch ein guter Zustand. Dann dürfte sich jetzt kein Exorzist aufdrängen und sagen, ah, wir müssen trotzdem immer noch was machen, also ich meine aufdrängen, natürlich kann man immer noch was machen, aber geht erstmal um das Aufdrängen und da ist man natürlich auch zufrieden. Der Exorzist an sich wäre nur nicht zufrieden, wenn jemand immer noch mit seinem Problem vielleicht zu kämpfen hat, vielleicht wenn er alleine ist und nicht in der Gesellschaft und Öffentlichkeit und möchte das auch, wenn er alleine ist, dass es ihm gut geht, dass er da keinen Verfolgungswahn hat oder welche Gestalten im Raum sieht, die da sind, wenn er alleine ist, aber sobald andere da sind, die nicht mehr da sind, alles auch schon erlebt. Da gilt es ja daran, dass man den Menschen weiterhin hilft mit dem Angebot, dass wir Exorzisten da ja auch machen. Dann liegt es am Ende noch, nur noch daran, kann die betroffene Person, die es scheinbar nicht mehr alleine aus diesem Teufelskreis heraus schafft, damit fertig werden und kann sie sich überhaupt noch Hilfe holen? Ist es ihr überhaupt möglich, sich Hilfe holen zu lassen? in einer solchen Situation oder kann sie es nicht und andere müssen Hilfe suchen? Manchmal werden wir ja auch kontaktiert von bekannten, Familienmitgliedern, Nachbarn, Freunden, die uns holen und sagen, helfen Sie bitte Person XY, weil sie selbst kann sich gar keine Hilfe mehr holen, sie hat diese Fähigkeit nicht mehr dazu. Ja, und auch da sagen wir natürlich, ja, dann scheint ja das Problem da zu sein und deswegen, ja, besser den Rektor holen, als jemand sich selbst zu überlassen, der meint, ihm ging es gut oder man weiss, ihm geht es nicht gut. Ich verteidige jetzt hier nicht unbedingt diese Massnahmen im Gegensatz zum anderen, aber ich glaube, in manchen Dingen es ist nicht so weit weg, ausser vielleicht dort, wo du sagst, dass die Verantwortung letztlich dann doch beim Einzelnen liegt, wenn er nicht davon frei wird und das wäre ein Unterschied. Ich glaube, es wäre nicht das Ziel, ich glaube zu sagen, immer noch die höchste Macht oder die höchste Instanz ist Gott, aber er befähigt den Menschen auch was zu tun, nicht nur da zu sitzen und sich handeln zu. Und das verstehe ich völlig, dass es da Missbrauch gibt von der Vorstellung, ich bin ein völliges Opfer und ich kann nichts tun und sozusagen nur der Priester kann mich vom Dämon befreien und deswegen muss ich in völliger Abhängigkeit zu ihm gehen. Dass sich da was auch vielleicht in Volksreligiosität oder Vorstellungen reinschleicht, was auch destruktiv sein kann, das kann ich völlig nachvollziehen. Auch, dass man von der Exorzistenseite das irgendwie Missbräuche oder auf eine Art und Weise einvernahmend macht, das würde ich alles nicht bestreiten. Von dem her verstehe ich auch, dass man sich gegen gewisse solche Dinge wehrt. Ja gut, ich als Exorzist würde jedem Menschen empfehlen, auch wenn er meint, mir geht es gar nicht so schlecht. Ich habe zwar ein Problem, aber ich komme damit halbwegs klar, trotzdem empfehlen, einen Exorzist mal aufzusuchen, weil vielleicht ist ja doch was da, auch wenn es nur was Kleines ist und es ist dann verschwunden. Aber natürlich, wie gesagt, sich jemanden aufzudrängen, sagen, du hast eine Erdbeerallergie, jetzt komm, wir müssen einen Exorzismus machen und wenn du nicht kommst, dann wirst du verflucht oder dir geht es noch schlechter oder so. So sollte natürlich ein Exorzist nicht auftreten. Ja, und wie ich schon sagte, es gibt überall schwarze Schafe und letztendlich muss man mit Vernunft auch herangehen als Exorzist an gewisse Symptome von Betroffenen und dann nicht waghalsig sich überstürzen und sagen, egal was sie für ein Problem haben, wenn sie Husten haben, kommen sie zum Exorzisten, sonst was. Sie müssen kommen, am besten noch. Das ist gefährlich, ja. Aber in der Grundlogik denke ich einfach, wir kommen nicht drum herum zu sagen, es ist ein Gemisch von aussen und von innen und es ist sinnvoll, denke ich, zwischen dem Bösen in mir unterscheiden zu können und dem, was ich wirklich bin. Ich finde das schwierig, weil es eine ganze Reihe von psychologischen Krankheiten gibt, wo das nicht mehr möglich ist. Also ich habe Leute in meiner Bekanntschaft, die ganz Schlimmes erlebt haben und dann mehrere Persönlichkeiten entwickelt haben, um dieses Furchtbare, das sie da erlebt haben, zu verarbeiten. Das ist natürlich jetzt aus der Sicht der Psychologie betrachtet, womit man natürlich auch jetzt nicht klar sagen kann, hier geht es scheinbar um Dissoziative Identitätsstörung, nur weil er gehört hat aus seinen bekannten Familienkreisen von betroffenen Personen, dass jenes und jenes passiert sein soll, dass dann das auch der Wahrheit entspricht und nicht vielleicht auch eine dämonische Täuschung ist letztendlich, sollte man auch natürlich immer unterscheiden, indem man prüft, inwieweit das stimmt, was Betroffene an sich dann letztendlich sagen. Nicht zu prüfen, ob die Geschichten an sich stimmen unbedingt, sondern zu prüfen und zu sagen, wir werden trotzdem einen Exorzismus ausprobieren, im besten Fall hilft es, im schlimmsten Fall hat es halt nicht geholfen, anstatt ein Urteil abzugeben, nein, 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 das dem Menschen geht psychisch nur deswegen so schlecht, weil ich habe gehört, der soll mal ganz Schlimmes erlebt haben in seiner Vergangenheit. Schlecht, wenn es nicht stimmt, also dass das der Grund ist und man das auch nicht heilen kann durch einen Exorzismus, dann ist das natürlich auch keine Hilfe an Betroffenen. Und das Problem ist letztlich, dass wir immer von unserem Weltbild her wollen, unterscheiden wollen, in natürlich und übernatürlich. Und das ist, ich glaube, bei diesen Problemen nicht hilfreich. Ja. Es muss nicht hilfreich sein, es kann aber hilfreich sein. Das ist ja auch, man sollte ja nicht vorurteilen. Wenn man sagt, ich habe Stimme im Kopf, ja, müsste man als Exorzist da herangehen und sagen, ja, prüfen wir doch mal, ob wir die Stimme wegbekommen durch Exorzismus. Wenn nicht, das ist die Ursache für Stimme im Kopf, halt nicht eine dämonische Besessenheit. Siehst du, das ist der vernünftige Weg, anstatt zu sagen, nein, da liegt keine Besessenheit vor oder es handelt sich hundertprozentig um eine Besessenheit im Vorfeld, sondern die Prüfung soll dies ja letztendlich dann ergeben, ob dem so ist oder nicht, was nun die Symptome hier auslöst. Dämonen oder nicht Dämonen oder Geistwesen oder nicht Geistwesen, um es neutral auszusprechen. Und es ist ja immer ein Abwägen von wie zeige ich meine Zuwendung und beten wir füreinander oder brauchen wir Medikamente. Und die Kunst besteht, glaube ich, darin, zwischen diesen beiden Elementen abzuwägen und zu schauen, wie viel. Und jetzt bei dieser Person ist es so, dass das Religiöse eine Rolle spielt und dann ist das ganze Zimmer mit religiöser Symbolik vollgepfropft, aber rundherum, um sich abzuschirmen gegen das Böse. So wie ich das erlebe, ist es eher eine psychologische Erkrankung. Und das Religiöse spielt damit eine Rolle, aber es ist vor allem ein psychologisches Problem. Natürlich, es bleibt aus der Sicht des Exorzisten immer ein psychisches Problem, da ja irgendwas mit der Psyche nicht in Ordnung ist. und dennoch gilt es, die Ursache zu prüfen, nicht abzuwägen, könnte, könnte vielleicht nicht, vom Sehen her, ja, sondern beim Untersuchen. Niemand sagt, der hat Halsschmerzen. Höre ich jetzt auf das Hören und wege ab, naja, der hat wahrscheinlich eine Erkältung. Was vielleicht eine falsche Diagnose ist, indem man jetzt da falsch abgewogen hat. Oder fängt man an zu untersuchen. Machen Sie mal den Mund auf, strecken Sie mal die Zunge raus. Oh, Mandelentzündung. Ja, dann hat man untersucht und hat sicherlich eine bessere Diagnostik angewandt, um zu prüfen, woher kommt denn diese Störung, die Sie da haben, ob der Schmerz körperlicherseits oder in der Psyche entstanden ist, das kann ja auch sein, für diese Problematik, die da ist. Deswegen spreche ich mich ja als Exorzist immer aus, wie auch die Ärzte mit Diagnose und Untersuchung des Problems. Und zwar vielfältig, nicht nur zum Dorfschaman zu gehen und zu sagen, helfen Sie mir, ich habe Probleme, sondern überall hin. Und sich mehrere Meinungen anhören. Wie man so schön sagt, gehen Sie mal zu mehreren Ärzten und holen Sie sich mal eine Meinung von mehreren Ärzten vielleicht ein. Und ich würde auch sagen, holen Sie sich mal eine Meinung von mehreren Weltbildern ein zu Ihrem Problem, das Sie haben. Und da werden Sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, einen Exorzisten mal aufzusuchen, um Ihre Probleme mal abchecken zu lassen. Abchecken, nicht behandeln zu lassen, unbedingt. Abchecken zu lassen. Und dann möglicherweise durch eine Untersuchung dann einer Behandlung zuzustimmen. Aber streng genommen würdest du selbst auch jetzt sagen, es macht keinen Sinn, zu sagen, es ist nur psychologisch. Sondern es könnte ja genau, es wäre ja genau wahrscheinlich irgendwie beides gleichzeitig. Ich glaube, der andere Punkt ist, das kenne ich jetzt eher aus der Arbeit mit Einwandernden, dass man in der Sozialarbeit realisiert, ein ganz grosser Verstandteil der Resilienz von den Leuten, die da kommen, besteht in ihrer Religiosität. Und wir haben in der Schweiz die Sicht verloren darauf, wie wichtig diese Ressource ist. Und ich glaube, das ist in der Psychologie auch ein Punkt. Die Religiosität der Leute, ihr Umfeld bietet ein Stück Resilienz und als guter Psychotherapeut oder als guter Exorzist muss ich auch diese Ressourcen anzapfen, genauso wie ich die ganzen psychologischen Punkte anzapfen muss. Und der Punkt besteht darin, damit sinnvoll umzugehen. Und da nützt eben eine Unterscheidung in dämonisch, nicht dämonisch, übernatürlich, nicht übernatürlich, ich glaube, gar nicht so viel. Da kann ich auch bei einer psychologischen Erkrankung die Ressource Religiosität anzapfen und wir beten füreinander, wir rufen Christus an und das ist enorm hilfreich. Ja, da kommt das ja als Beispiel hervor, dass man bei jeglichen Problematiken, die man hat, natürlich, je nach Weltbildumfeld, wie es hier gesagt wird, ist jemand für Religiosität offen, dann soll er das ausprobieren. Wobei ich natürlich als Exorzist schon sage und als Bibellehrer, dass der Ausspruch kommt, lass uns füreinander beten, als Behandlung natürlich auch eine dieser Optionen ist, wie man einem Problem entgegentritt, aber, da sage ich natürlich auch als Exorzist, wenn dieses nicht anschlägt, dieses wir beten füreinander, fürbitten, Gebete im Allgemeinen, und die Problematik des Betroffenen ist immer noch da und er ist religiös, offen zu sagen, ich lasse mich gerne auch von einem Exorzisten mal untersuchen, dann sich auch zu sagen, gut, dann gehen wir mal noch eine Stufe höher und da gehe ich mal zu jemandem hin, der prüft, ob ich vielleicht Dämonen habe, die anders nur weggehen als nur durch Gebet oder Fasten als Beispiel, ja, und da sollte man sich auch nicht versperren als Betroffener, wenn man eh schon offen ist für Gott und Engel und Dämonen, was umso schwerer dem fällt, der die gleichen Störungsprobleme hat und nicht an Gott und Dämonen glaubt, der hat es viel schwieriger, einem Exorzisten zuzustimmen, dass er die Sache mal sich anschaut, habe ich natürlich schon erlebt im Leben, so ist es nicht, zu mir sind auch Atheisten gekommen, die große Probleme haben und gesagt, na gut, probieren sie es mal aus, vielleicht, nun weil ich es nicht glaube, dass so etwas existiert, könnte es ja trotzdem existieren, vielleicht sieht die, das Wissen ja anders aus als der Glaube, indem man das bei einer Behandlung ja dann feststellen könnte, durch einen Menschen, der an so etwas glaubt, wie Dämonen oder Geister. Genau, ja. Eine Frage, du hast vorhin gesagt, du hast das Gefühl, eigentlich in diesem Fall ist es eher etwas Psychologisches. Gäbe es überhaupt einen Fall, wo du sagen würdest, das scheint jetzt etwas Dämonisches zu sein. Fangfrage. Abgegrenzt vom Psychologischen. Fangfrage. Fangfrage, genau. Ich habe selbst noch nie so etwas erlebt. Ja. Aber hier ist auch wieder die Frage, was die Vorstellung von jemandem ist, der psychologisch Dinge halt nur beurteilt. Wie sieht für ihn denn eine klassische Besessenheit aus? Ist sie dann erst präsent, wenn man alle Störungsfelder, die ein Mensch aufweist, mit der anerkannten Psychologie abgeglichen hat und gesagt hat, wir sind den ganzen ECD-Katalog durchgegangen, von 1 bis 100, und ich konnte, was ich da sehe, keinen dieser Felder klar zuordnen. Also bliebe jetzt noch eine einprozentige Chance, dass Besessenheit vorliegt. Meines Erachtens ist das eine falsche Herangehensweise, psychologisch betrachtet, wenn jemand da selbstgläubig ist. Aber die meisten christlichen Psychologen arbeiten aber so das ab. Sie arbeiten mit dem Wissen der Psychologie, die Dinge so auf, dass man selber dann in Urteil fällt bezüglich psychische Krankheit oder Besessenheit. Und ich als Exorzist sehe es ja ganz anders, dass ich halt sage, so wie die Bibel es ja auch aufzeigt, ja, dass selbst psychische Störungen, die Ursache für diese Störung auch ein Dämon sein kann, der selbst diese Dinge auslöst im Körper. Und wenn man dafür nicht offen ist, wird man generell immer sagen, ach, das ist ganz selten Besessenheit, ganz, ganz selten Besessenheit. Ja, und jemand, der aber sagt, jedes psychische Problem könnte, nicht muss, könnte Ursache sein durch Geistwesen, die dort im Leben eines Menschen diese Dinge verursachen, Ob nur Epilepsie bis hin zu Schmerzen, ja, der hat eine bessere Ausgangsbasis, dass er durch eine falsche Diagnose, indem er weiß, er ist eine psychische Störung, da hilft nur eine Therapie oder irgendwelche Medikamente, eben nicht zu der Heilung, zu diesem Heilungsprozess kommen kann oder ihn schnell ansteuern kann, den ein Exorzist aber bereitstellen könnte. Ich bin nicht der Nabel der Welt, ich weiß es nicht. Ja, aber die Möglichkeit, in meinem Büro spuckt es nicht. Das ist halt das Problem, zu sagen, es muss immer spuken, es muss immer spuken, dann ist erst Besessenheit. Wo wir doch in der Bibel haben, dass Aussprüche da sind, dass ein unreiner Geist einen Menschen befällt und der hat danach halt nur Paranoia, Verfolgungswahn. Es spukt ja nicht unbedingt klar und deutlich jetzt Spukphänomene, nur weil jemand Paranoia hat. Ja, und das ist halt das, wo man sagt, ja, man ist nicht der Nabel der Welt, umso besser, wenn es eine falsche Ansicht ist, aus Gottes Sicht zumindest, ich urteile jetzt nicht darüber, ähm, dann, 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 ja, lieber zu sagen, wer weiß, ich glaube nicht, dass psychische Störungen etwas mit Dämonen zu tun haben. Könnte ja sein, aber ich glaube es nicht, besser so antworten, als zu sagen, nein, das ist keine dämonische Problematik hier, sondern das ist einfach eine psychische Krankheit. Das sage ich als Exorzist. Das ist, glaube ich, wirklich wiederum im Weltbild. Natürlich, wenn man, was ich verstehe ist, was komisch ist, ist sozusagen die, die Stigmatisierung und der Fokus auf, hier ist was ganz besonders Dämonisches. Und da, da ist was, da kann was auch, auch schräg dran sein. Das glaube ich völlig. Aber ich sage mal, als, als, als Christ darf man doch auch im wissenschaftlichen Zeitalter davon ausgehen, dass sowas wie eine geistliche Welt gibt und, und irgendwie Engel und Dämonen mal, und, und vielleicht auch agnostisch sein in Bezug auf die Details und was jetzt das heisst und so weiter. Aber dann wäre doch einfach grundsätzlich die Erfahrung wäre, des Menschen wäre, sowohl irgendwie physisch als auch irgendwie psychisch, als auch irgendwie spirituell, geistig gleichzeitig. Und dann ist es nicht einfach so, dass manche Leute sind dämonisch besessen und andere nicht, sondern jeder Mensch hat, und das ist auch spannend, genau in dieser Spiritualitätsliteratur, jeder Mensch kämpft in gewisser Hinsicht mit seinen Dämonen und, und ist irgendwie in gewisser Hinsicht mit Engeln konfrontiert und ist aber in gewisser Hinsicht auch mit sich selbst und seiner Psyche konfrontiert und ist mit der materiellen Welt irgendwie gleichzeitig konfrontiert. Ich muss sie auf dieser Ebene gar nicht so stark gegeneinander ausspielen, sondern darf sie auch parallel sehen. Und dann ist der Exorzismus vielleicht ein extremer Fall von etwas, was eigentlich im Normalfall auch geschieht. Ist dann aber in beiden gar nicht so aussergewöhnlich, sage ich mal. Es ist einfach nicht ein reduktiv wissenschaftliches Weltbild allein, sondern ein vielschichtigeres Wirklichkeitsverständnis. Auf jeden Fall. Das Problem ist, dass heute immer mehr auch eine ein Stück weit entwurzelte Religiosität begegnet. Für Leute, die eine gewisse theologische Bildung haben oder schon länger christlich sind, ist es klar, dass die Gnade von Christus herkommt. Für Leute, die ihre religiöse Bildung vor allem aus Exorzismusfilmen geholt haben oder aus Buffy, The Vampyr's Liar oder irgend so etwas, die kommen dann klingeln im katholischen Pfarrhaus, wollen geweihte Hostien haben, wollen Weihwasser haben, wollen ein ganz bestimmtes Kreuz haben mit eingelegtem Holz und was weiss ich was alles, weil die Religiosität dann zu einem Stück weit Magie reduziert wird, wo ich bestimmte Formeln haben muss, wo ich so und so machen muss, weil sie das im Fernsehen so gesehen haben. Und das ist ein Bereich, den ich enorm gefährlich finde. Im Zusammenhang damit, aber auch ganz grundsätzlich, etwas, wo wir immer wieder drauf kommen, ist eben nicht nur die Frage nach dem Weltbild, sondern auch die Frage, wir sprechen häufig selbstverständlich davon, wir haben halt ein anderes Weltbild, aber die Frage wäre ja genau, welche Ressourcen haben wir, um auch unser eigenes Weltbild zu hinterfragen, weil unser Weltbild ist ja nicht das Non-Tlus-Ultra, was ist die Strömungen, wie wir jetzt im Moment drin sind in unserer Epoche, aber inwiefern könnte nicht auch das christliche Glaubensgut, auch genau wenn es um Engel und Dämonen geht, sozusagen eine vielleicht kritische Instanz auch sein für unser heutiges Weltbild, vielleicht mehr als einfach, weil wir jetzt nicht mehr in diesem Weltbild, in diesen Antiken sind, müssen wir diese Dinge, die damals Sinn gemacht haben, aber irgendwie umdeuten, weil das kann man natürlich immer machen, aber für mich wäre dann genau die Frage, ist es in jedem Fall sinnvoll, oder könnte es sein, dass dadurch etwas verloren geht, was nicht verloren gehen sollte? Ich finde das eine enorm grosse Herausforderung, das müssten wir natürlich, auf jeden Fall, aber das Problem ist natürlich, dass ich mein Denken, das Resultat meines Denkens ist nicht mein Weltbild, sondern mein Weltbild ist Grundlage, auf dem ich denke, und bei einem antiken mittelalterischen Weltbild ist es praktisch unmöglich, ohne Gott zu denken, das geht nicht, weil von der Struktur her, eben, ich habe schon erzählt mit der Komplexität, da muss es Gott geben, und beim modernen Weltbild drehe ich das genau um, und es wird dann plötzlich fast unmöglich, Gott zu denken, und das ist das Problem, das wir heute haben, und jetzt von Leuten zu erwarten, oder zu sagen, ihr müsst euer Weltbild so konstruieren, damit ihr rechnen könnt, das könnte auch ganz anders sein, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Das stimmt natürlich, aber wäre nicht sozusagen die Kirche, oder der christliche Glaube, doch wäre das nicht auch der Anspruch? Müsste man, ja genau, und das Problem ist natürlich auch, dass die Selbstverständlichkeiten zurzeit so liegen, dass man erklären muss, warum ist man überhaupt noch christlich, und dann muss ich ja letztlich ein Stück weit Kritik am Weltbild machen, und das ist eine unglaubliche Herausforderung, das ist ganz schwierig. Oh ja, das ist bestimmt auch ein Grund, weshalb auch eben Leute, die eher jetzt in den Naturwissenschaften sind und sehr demütig sind und auch verstehen, dass sie wahrscheinlich nicht alles erklären können, auf der Ebene des Affektiven oder auf der Ebene dieser Selbstverständlichkeiten werden dann aber doch eben Phänomene wie Besessenheit und was auch immer, die können bis zu einem gewissen gerade kaum ernst genommen werden, weil es so jenseits von allem ist, was man irgendwie kennt. Oder würdest du das auch … Ich erlebe zurzeit es eher umgekehrt, dass die Fähigkeit, ein Weltbild nicht absolut zu setzen, eine Stückbildung voraussetzt und dadurch die christliche Kirche zurzeit gerade in Westeuropa immer mehr zu einer Veranstaltung von eher Gebildeten werden. Das erlebe ich in meinem Umkreis so. Das mag nicht überall so sein, aber wo es ein Stück weit ein bisschen Bewildung braucht zu realisieren, dieses klassische moderne Weltbild, wie es mir begegnet mit Einstein und allem Dingen. Es gibt diese Erinnerungsorte, wo man das festmacht und Aussagen wo man das festmacht, zu hinter zu sehen und sagen es ist nicht alles, ich kann nicht alles damit erklären und ich muss das ein bisschen offen halten, das setzt ein Stück weit das setzt Bildung voraus, das setzt Intelligenz voraus, ich kann da nicht einfach in jedem Trott mitgehen, das ist das, was ich zurzeit erlebe, wo die Kirche, die Theologie auch ein Stück weit Sprachfähigkeit den einfachen Leuten gegenüber verloren hat. Und ich weiss nicht, wie man das beheben kann, aber was auch selbstverständlich ist, dass man da nicht mehr hingeht, weil die reden nicht, was mich interessiert. Das ist mir auch bei Walter von Lucadur aufgefallen, der hat glaube ich versucht, diese Erklärung von diesen Phänomenen in dieses wissenschaftliche Gefäß zu gießen und alles mit Begriffen zu erklären, die irgendwie Quantenphysik solche Wörter, die ich nicht verstanden habe, aber auf jeden Fall sehr doll versucht hat, das so zu erklären, aber ja diese Phänomene gesagt hat, dass es die gibt, was ja eigentlich fair ist, dass er sagt, es entsteht, ich versuche einfach, das in meinem Weltbild so passend zu machen und zu erklären und dann aber die Frage, warum gibt es denn diese Strukturen, wieso wollen die sich denn den Leuten bemächtigen, die war ja wieder offen und da würde ich sagen, das wäre jetzt so der Schritt kurz vor der Religion, also es wäre kurz davor gewesen zu sagen, okay, vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt, wo man das Weltbild dann wieder öffnet, um den Grund für dieses Existieren dieser Phänomene zu erklären. Weil den Schritt hat er irgendwie nicht gemacht, davor haben wir so, er findet Religion toll, aber nicht, also, das ist halt seine wissenschaftliche Herangehensweise, dass er nur das Wie, nicht das Warum erklären will. Aber ganz viele stoppen ja schon davor, die würden einfach sagen, diese Phänomene existieren nicht, weil es nicht ins Weltbild passt und er hat wenigstens versucht, das noch zu integrieren. Und das denke ich jetzt schon, für mich der Takeaway auch aus diesem Gespräch ist, dass man aufpassen sollte, nicht eigentlich aus einem Weltbild, das man hat, ob man es bewusst hat oder nur unbewusst immer schon ableitet, was sein kann, was nicht sein kann, sondern dass man eigentlich nah bei den Phänomenen bleiben darf, bei den Dingen, die man wirklich erlebt, die auch deuten darf und da natürlich sich kritisch hinterfragt, sagt, warum deute ich das, warum verstehe ich das so und so weiter, was liegt da dahinter, aber eigentlich, dass die Gefahr wahrscheinlich ist, dass man auf beiden Seiten, ich sage mal, zu religiös in einem negativen Sinne und zu säkularistisch in einem atheistischen Sinne, dass man eigentlich ein klares Bild hat, in das dann gewisse Dinge reinpassen oder nicht und man so dem konkreten Menschen, dem man begegnet, nicht gerecht wird, weil man dann einfach einordnet in mein System, wird dann ein Beweis oder ein Gegenbeweis oder ein, oder man spricht einfach die Erfahrung ab, weil es kann nicht sein oder überlädt sie gerade mit, aha, das ist klar, dämonisch und so, sondern eine gewisse Zurückhaltung vielleicht in der expliziten Deutung davon im Sinne eines Weltbildes, aber trotzdem das Ernstnehmen wäre wahrscheinlich ein guter Ansatzpunkt mindestens, um einen Prozess zu gehen. Ja, das war der zweite Teil, wo es vordergründig um das Weltbild ging, da habe ich jetzt nicht so viel kommentiert, sondern nur die Meinung so wiedergeben an manchen Stellen, wo ich etwas bestätige oder halt sage, ich würde es aus Sicht des Exorzisten aber etwas anders betrachten. Wenn es euch geholfen hat, dieser Teil, dann, ja, dann ist auch damit ein Ziel erfüllt worden, andernfalls könnt ihr, oder auch in dem Fall könnt ihr unter dem Kommentarbereich noch euch verewigen, eure Meinung dazu abgeben oder Fragen zu stellen, vielleicht noch, die sich da ergeben haben, auf die ich eingehen soll oder andere, könnt ihr gerne machen und, ja, ich werde, wie gesagt, vielleicht auch noch weitere 1, 2, 3 Videos aus dieser Serie noch kommentieren, wo es hier um, ja, Engel, Dämonen, Besessenheitszustände, Exorzismus geht, ähm, da gibt es noch 2, 3 Teile, die da produziert wurden. Ja, mein Lieben, wir können es mal nochmal reinschauen, ich glaube, am Ende wurde nichts mehr gesagt, jetzt würde uns interessieren, was sind eure Erfahrungen, habt ihr schon mal Sachen erlebt, die euer Weltbild durcheinander gebracht haben, schreibt es doch bitte in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke. Ja, genau, das gleiche, wie ich es auch sagte, meine Lieben. Ja, dann bis zum nächsten Video in der Zukunft, ähm, jo, Shalom und immer sein Weltbild hinterfragen und sich vielleicht sogar öffnen für Dämonen, Geister, Engel, Gott, wenn das eigene Weltbild das zulässt. Bis dahin.